Ich war bei einem Hypnosekurs und habe eine ganz spezielle Technik erlernt. Die werde ich euch mal vorführen. Schaut mir tief in die Augen. Eure Augenlider werden schwer und immer schwer. Ihr seid jetzt in meiner Gewalt. Und schließt die Augen. Ich zähle gleich bis drei. Wenn ihr die Zahl drei hört, öffnet ihr die Augen und werdet drei grüne Frösche vor euch sehen. Eins. Zwei. Drei. Tada. Hihihihihi. Hahaha. Cheese. Peace!